Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und heute startet ja die erste WIQ-League in EAFC 25. Ich will mein Team zeigen, mit dem ich am Start bin. Ich zeige auch meine Taktiken. Ich habe zwei Main-Formationen, zwei Main-Taktiken, mit denen ich reingehen will. Und auch die Leute, die im Stream dabei sind immer, die kennen dieses Team noch nicht und nicht die Taktik, denn die habe ich gestern Off-Strip mir noch zusammengepastelt, denn ich bin mir noch extrem unsicher, was ich spielen soll, wie ich spielen soll, aber ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie es mir gefällt und wenn euch das Ganze gefällt, Like, Abo, Kommentar, würde ich mich riesig darüber freuen. Ja, und ich würde sagen, starten rein. Wir sehen hier die Grund-Formation. 4, 2, 3, 1, das eigene mit den drei ZM's, vorausgesetzt ich qualifiziere mich für die WIQ-League nicht, weil ich die Quali bis jetzt nicht geschafft habe, sondern weil ich sie bis jetzt noch nicht gemacht habe. Ich habe erst ein Quali-Spiel gemacht, das habe ich gewonnen. Jetzt brauche ich ja noch zwei Siege aus vier. Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass ich das Ganze schaffe. Und ja, wir starten jetzt rein ins Team. Ich fange mal mit der Verteidigung an. Ich blende alle auf einmal ein, dass das nicht zu lange dauert. So, das ist meine Verteidigung plus Torhüter im Torhammer. Thibaut Courtois, für mich der beste Gold-Torhüter ingame. Der Lot, die Evo, absolut stabil. Marquez, den habe ich bis jetzt meistens im defensiven Mittelfeld gezockt. Jetzt ist er in der Position zurückgerutscht. Ich finde ihn als IV aber auch richtig stark. Dann Wande Wehen. Die Goldkarte würde ich mir da auch nicht drehen. Der ist gefühlt fast von Dike-Level. Und dann ein Linksverteidiger noch Monty, was ich gezogen habe. Und ja, ist eine sehr, sehr stabile Viererkette. Wie ich finde, ja, ich werde keine Fünferkette spielen. Und dann gehen wir zu den Z6, würde ich sagen. Und da haben wir auf der linken Seite David Alaba. Meine erste SPC, die ich abgeschlossen habe in diesem FIFA-Teil. Und Patrick, die habe ich mir gestern nach Offstream geholt. Wenn noch eine Spielerin, die ich zocken wollte, wird man dann im ZOM sehen. Aber ja, sie mit ihren weiten Pässe ist extrem gut. Und es wird schon einen Grund haben, nicht nur die weiten Pässe, wieso sie 90% der E-Sport in ihren Teams haben. Und über David Alaba brauche ich nichts sagen. Für mich als Österreicher, er ist Main-Man im Team. Er ist die beste Karte. Und jetzt gehen wir rein. Ich füge die drei Z3s und den Stürmer gleich auf einmal ein. Und das mache ich jetzt schnell. Und da haben wir in der Mitte Bruno Fernandes. Ich glaube tatsächlich, mit denen habe ich schon viele Spiele, oder? Mit denen habe ich schon 114 Spiele. Also, ich glaube, das ist tatsächlich die erste Karte, die ich gekauft habe am Transfermarkt. Dann Claudia Bieder, die ich mir gestern Offstream noch geholt habe. Ich wollte unbedingt zocken. Ich habe ein kleines Schnäppchen gemacht. Ich habe sie um 207k ersnaped. Da habe ich sie einfach mitnehmen müssen. Und ich wollte sie unbedingt spielen. Weil ich wollte die 4-2-3-1-3 ZOM probieren. Und sie hatte eben auch Schattenstürmer, auf das ich sie dann spiele. Und daneben noch Kudos. Den habe ich mir auch gestern noch geholt. Ich würde da im Prinzip eine Karte brauchen, die ZOM, RM und Stürmer kann. Da gibt es einen Donovan. Der kostet 100k. Vielleicht hole ich mir den noch während der WL. Mal schauen. Weil ich ja zwei andere Formationen auch noch zocken will. Eine ganz speziell. Und ja. Kudos. Mal schauen, wie lang der am Team ist. Ich glaube, der wird nicht allzu lang drin sein. Und vorne haben wir noch Diego Iota. Die SPC ist auch sehr stabil. Könnte ich vielleicht ein bisschen größeren Streamer brauchen für das System. Aber auch in Ordnung. Und zu Kudos noch einmal. Wenn heute auch noch die Nico Williams SPC kommt, werde ich die abschließen. Dann werde ich ein bisschen umstellen. Dann werde ich das breite 4-2-3-1-Standard-Formation hernehmen. Unter den Umständen dann ist Nico Williams eben mit den Rufzeichen. Und die Chemie wird wahrscheinlich trotzdem fit gehen. Und jetzt. Ich habe noch ein paar Satzspieler. Jetzt wechsle ich auf Steam. Und dann zeige ich auch die Taktiken her. So. Und jetzt auf der Bank habe ich noch Linksverteidiger Fancy Davies. Der für mich stärker ist als Mundy. Muss ich offen und ehrlich sagen. Dann Lorente. Rechtsverteidiger. Kimmich. Sechser. Dann noch eine Evo. ZOM. Die Reitner. Inaki Williams wird entweder auch als ZOM kann, aber auch Stürmer. Und Martinez auch als Stürmer. Und da ein bisschen noch. Ich habe einen Kuté. Ich weiß. Viele feiern den. Ich glaube Mau Auer spielt dann auch in seinem Main Team. Aber ich komme mit ihm nicht so wirklich zurecht. Der ist für mich körperlich zu schwach. Der verliert so viele entscheidende Zweikämpfe bei mir. Und deswegen ist jetzt auch Marquez ein bisschen nach hinten gerutscht in die IV. Wir kommen auch auf 32 Cam. Wen fehlt ein Cam? Ja. Kudos fehlten Cam. Und ja. Gehen wir rein in Teammanagement. Man sieht hier meine Standard-Taktik. 4-2-3. Das ist kompakt. Kurze Pässe. Balanced auf 55. Für irgendwas zwischen 50 und 60 gefällt es mir bis jetzt am besten. Und dann schauen wir rein. Der bekommt, das habe ich vergessen, Torhüter-Livero. Weil das hat er auf plus plus. Der bekommt Verteidigerrolle. Also bei den IVs wird nichts herum getan. Dann die Außenverteidiger bekommen beide Flügelverteidiger Profi. Die Sechser bekommen auch beide das gleiche Absicherung plus verteidigen. Dann der mittlere ZOM bekommt Motor und Bewegungsfreiheit. Die äußeren ZOMs bekommen Schattenstürmer. Und der mittlere, also der Mittelstürmer, den einzigen was wir haben. Yoda bekommt Stoßstürmer. Kann man auch Knipser nehmen. Was auch immer, was der Spiel auf plus hat. Das würde ich dann nehmen. Und ohne Ball sieht es so aus. Mit Ball sieht es so aus. Die rücken weiter rein. Der hat Bewegungsfreiheit. Der ist immer Anspruchstation. Die rücken auf. Dann die Bina. Die Bina. Die Badri nehme ich meistens ein bisschen mit nach vorne. Mit den weiten Pässen. Aller Ball soll absichern und die zwei sind dann hinten. Und dann gehen wir auf meine zweite Formation. Das ist die Raute, die ich auch sehr, sehr gut finde. Und deswegen würde ich eventuell auch was brauchen, was ZOM und Stürmer kann. Die andere Formation wäre noch eine 4-4-2. Die habe ich da jetzt noch nicht eingespeichert. Die werde ich vielleicht noch machen. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich die zocken werde. Aber die 4-1-2-1-2, also die eigene Raute, werde ich definitiv auch zocken. Und hier sieht man es eben hier auf Counter. Balanced auch wieder 55. 55 ist gleich. Dann Torhüter bekommt Lieberau. Die 2 nix. Einfach Verteidigung. Übrigens, das muss ich umstellen. Das war eine Bina von starkeren Fußes. Die bekommen wieder Flügelverteidigung. Plus. Oder normal Flügelverteidigung. Sechser bekommt Absicherung. Sorry. Ich habe schon wieder so ewig lang Husten und er geht einfach nicht weg. Einfach hier Absicherung. Da habe ich mich dafür entschieden. Weil ich mir gedacht habe, vielleicht auch ein wenig langer Ballen, dass die im hinten ist. Die 2 Achter bekommen beide Boxerbox. Sie sollen nach hinten und nach vorne arbeiten. Dann hier bekommt der ZOM Motor aber auf Balanced. Und hier bekommt ein Spieler an Spielsportion und der andere bekommt Stoßstürmer. So finde ich das Ganze am besten. So sieht es ohne Ball aus. So sieht es einfach mit Ball aus. Und da sieht man, ich habe immer einen Profit drin mit Rufzeichen. Deswegen vielleicht echt einen Donnerwein oder irgendwas anderes. Mal schauen. Weil zur Zeit würde ich echt nur was brauchen, was ZOM und Stürmer kann. Da gibt es sicher einiges. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt das bitte rein. Wenn ich die 4 für 2 noch einschalte, muss ich schauen. Aber auf jeden Fall. So sieht es ohne Ball aus. So sieht es mit Ball aus. Und ich finde diese Formation richtig, richtig gut gegen Fünferkette. Also wenn man gegen eine Fünferkette zackt, haue ich die Formation rein. Ich habe, glaube ich, eine Gewinnrate von 90-95% gegen Fünferkette mit dieser Formation. Dann macht es das von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo, Kommentar nicht vergessen. Würde ich mich riesig darüber freuen. Und viel Spaß in der WikiLeague. Halt's rein. Ciao.